Hallo und herzlich willkommen auf GutscheinRausch.de. Wir zeigen euch heute, wie ihr einfach hier einen Quicksilver-Gutschein von uns einlösen könnt. Dafür ist es erstmal erforderlich, die Quicksilver-Gutschein-Seite bei uns zu besuchen. Und im oberen Bereich werden nun gleich unterschiedliche Gutschein-Aktionen angezeigt. Es gibt zum Beispiel 30% Rabatt auf die neue Bestellung oder 10% Rabatt auf eine Bestellung oder auch gratis Schulkalender. Und falls euch eine der Aktionen gefällt, könnt ihr erstmal auf die Schaltfläche Gutschein-Code Anzeigen und Shop Öffnen klicken. Es öffnet sich daraufhin ein neues Fenster mit einigen Details zur Gutschein-Aktion. Hier kann man sich zum Beispiel direkt oben den Gutschein-Code an sich kopieren. Der ist dann in der Zwischenablage und kann später wieder eingefügt werden im Warenkorb. Darunter gibt es Informationen zur Gültigkeit, zum Mindestbestellwert und Einlösehinweise werden ebenfalls angezeigt. Im anderen Tab hat sich dann Quicksilver.de bereits geöffnet. Und es liegt natürlich nun bei euch, Artikel in den Warenkorb zu legen, die euch interessieren. Ich habe bereits einiges hinzugefügt und hier müsst ihr nun auf die Schaltfläche, wenn du einen Gutschein-Code, einen Aktionscode oder einen anderen Gutschein haben solltest, klicke hier klicken. Es öffnet sich dann ein Textfeld und das könnt ihr einfach hineinklicken, einen Rechtsklick machen und auf Einfügen klicken. In unserem Falle bekommen wir jetzt ein gratis Produkt hinzugefügt, was hier nun jetzt auch angezeigt wird mit der Gutscheinnummer. Das wird dann einfach der Bestellung beigelegt. In anderen Fällen wäre es dann so, dass sich zum Beispiel die Summe hier ganz einfach reduziert um zum Beispiel 10% oder die angegebene Summe. Und so einfach ist es möglich, unsere Quicksilver-Gutscheine einzulösen und Rabatte oder Gratisartikel zu erhalten. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.